Ich wollte nur kurz erwähnen, das ist kein Fallgeist. Das ist Rackdoll Royale. Es ist zwar zu 99% so ähnlich wie Fallgeist oder Roblox, aber es ist kein Fallgeist. Es ist Rackdoll Royale. Nur damit ihr Bescheid wisst. Abonnier! Und kostenlos! Nee, war ehrlich, abonnieren kostet so keine Videos, um es zu verpassen. Und bei 1000 Likes in der Stunde laden ich so schnell wie möglich in der nächsten Video. Okay, also hier können wir, ähm, wir können uns auch noch spielen, okay? Und wir, ah, 30 Leute, wow! Momentan ist es echt populär in Roblox, deswegen spielen wir es ja auch, logischerweise. Aber ich bin echt gespannt auf jeden Fall, wie es sein wird. Alter, die Musik, ich will irgendwie dancen, obwohl ich meine eigene da immer an sollte, ne? Ja, ich mag meine eigene wahrscheinlich sein. Warte mal, in 4 Sekunden geht es los und wir haben aber erst 12 Leute. Okay, dann bin ich gespannt. Spiel beginnt in 30 Sekunden. So lange, Alter. Jetzt wird das Spiel ausgesucht. Oh, das ist echt so gar nicht wie... Wie Fallgeist. Oh, diesen Modus habe ich ja vorher gar nicht gespielt, wo der Boden verschwindet. Den habe ich nicht einmal gespielt, der kam bei ihm hier nie aus irgendeinem Grund. Okay, es geht los, oh Gott. Wow, okay, das ist irgendwie episch. Also, der Boden verschwindet. Oh Gott, was? Die Runde ist vorbei. Ach, sind genug Leute gestorben? Ich glaube, ja. Oh my God, was ist das? Und hier fliegt er raus. Okay, das ist sehr merkwürdig. Aber okay. Nächstes Spiel, das ist was für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ah, wir schlagen uns. Wir schlagen uns drunter, ich verstehe. Ich verstehe, wir schlagen uns drunter. Warte mal, ist der in meinem Team oder wie ist das aus? Wieso kann ich die nicht drunter schlagen? Das ist ein Modus, den gibt es so auf jeden Fall nicht. Das steht fest. Okay, warte mal. Wir sind Team Grün und wir sind da verlieren. Ich bin der letzte Grüne. Oh, habe ich verloren? Ich glaube, ja, oder? Nein, stopp, warte mal. Ich lebe noch. Oh my God, ich bin gut dabei. Könnte ich Platz 1 werden das erste Mal? Okay, was kommt jetzt für ein Spielmodus? Ah, das mit dem Ring. Ja, ja, okay, ich verstehe. Kann man natürlich machen, wieso auch nicht. Eins und go. Also bei dem Modus müssen wir durch Ringe springen. Das ist auf jeden Fall hier der Fakt. Kann ich eigentlich auch... Nee, das geht, glaube ich, nicht. Diven. Wie kann ich... Oh, oh. Kann ich diven? Ich weiß nicht, wie ich... Oh. Ich weiß nicht, wie ich diven soll, ehrlich gesagt. Okay, die Blauen gewinnen sowas von. Das grüne Team hat 0 Punkte. Die diven nicht hier. Ich zeig das nicht. Alter, kann ich mal aufstehen? Die Blauen haben 12 Punkte und wir haben 1 Punkt. Alles klar. Ich glaube, man kann hier nicht sein. Man kann hier nur springen. Wieso geht diese Runde so lange? Ich meine, die Gena haben doch eh schon easy peasy gewonnen. Oh, warte mal. Es gibt doch noch ein rotes Team. Das heißt, wir könnten theoretisch das noch schaffen. Stimmt's? Es fliegt ja nur ein Team raus, glaube ich, oder? Ah. Ich weiß nicht, wie man dived. Ich weiß nicht, wie man dived. Okay. Zweimal springen. Also so und so. Okay. Ah, ja. Ja, das klappt aber gerade nicht, so wie ich mir das vorstelle. So, und jetzt springen. Yes. Easy peasy game, bro. Warte mal, die Toten holen auf. Verdammt, die holen Toten auf. Ich kann nicht, ich kann nicht. Okay, doch. Okay, 1 Punkt habe ich geholt. Okay, wir sind nicht rausgeflogen. Das ist eine gute Neuigkeit. Warte mal, es sind noch 4 Leute übrig. Ich könnte wortwörtlich 1. Ah, das hier. Ja, ja. Dann müssen wir die ganze springen. Das ist zum Glück gar nicht wie bei Vollgeist. Aber das ist halt das Ding. Bei Roblox kann man halt Vollgeist so gut nachmachen. Das wäre echt crazy. Einfach, weil das ist halt so gut für Roblox irgendwie. Also, es passt einfach so mega, weil Roblox ja auch so ähnlich ist irgendwie. Deswegen, ich verstehe, dass es jemand auf jeden Fall eh nachmachen wird. Oh Gott, vorsichtig. Okay, ich glaube, der Boden verschwindet hier auch, oder? Ich meine, es sind hier nicht mehr all so viele Leute übrig. Alter, der eine steht einfach oben drauf. Oh mein Gott. Ach, kann ich nicht schubsen? Ich kann nicht schubsen. Ich kann nicht schubsen. Hier und das. Hallo, nimm doch. Yes. Es tut mir gefallen. Das war's mit dir. Oh mein Gott. Hallo, geh runter. Nein. Ich bin tot. Ich bin... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss zu ihm. Ich muss zu ihm gehen. Ich muss da hinspringen. Ich muss da hinspringen. Okay. Ziehen, ziehen, ziehen. Yes. Immer schon ziehen. Damit er dann... Er kommt immer wieder oben drauf. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Alter, was für ein Trick ist das denn? Komm, wir ziehen ihn. Yes. 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 Oh mein Gott. Ich bin zu sterben. Tja, was willst du jetzt tun, du Loser? Hab ich gewonnen? Ich glaube, ich hab gewonnen, oder? Warte mal. Hab ich gewonnen oder nicht? Zwei Leute sind nur übrig. Okay. Ich und einmal. Was zum Teufel? Oh, dieses Spiel. Ja, das kenn ich. Komm schon, das gewinnen wir easy, Bro. Eins und go. Okay, also das ist ja... Das kennt jeder, glaube ich, oder? Wir können uns auch hier festhalten. Was echt sehr witzig ist auf jeden Fall, dass wir das können. Alter, was schubst du, Mr. Loser? Warte, wie lange kann ich ihn eigentlich festhalten? Okay, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Geh weg von mir. Alter, wieso ist das Teil so langsam? Ach so, jetzt wird es schnell. Ich verstehe. Eins gegen eins. Der Letzte, der hier am Leben bleibt, der gewinnt. Ehre, Macht und Ruhm. Der wird den goldenen Schatz bekommen, auf den jeder haben wollte in seinem Leben. Auf den jeder haben wollte in seinem Leben. Oh, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Oh Gott, und jetzt nach da. Perfekt, warte, stirb. Stirb doch, Alter. Oh mein Gott, er will nicht sterben, Alter. Oh, warte, eh sterben. Er wird eh sterben, hundertprozentig. Ich meine, das ist irgendwie besser gemacht als gedacht und die Musik ist auch gut, auch wenn ich es nicht, glaube ich, nicht sein kann. Ich glaube, ich würde mal eine eine reinmachen müssen. Ich gehe mal davon aus. Hallo, geh weg. Soll es weggehen? Soll es weggehen? Hallo? Oh mein Gott, der Typ will nicht, ne? Oh, jetzt wird es immer schneller. Yes! Nein, ey, ich dachte, er wird dran. Komm schon, hau ab, hau ab. Ich will irgendwie schubsen oder so. Oh nein, voll richtig. Oh, ich war fast selbst aufgegangen. Alter. Oh, oh. Das war sehr eng. Ich bin halt wirklich durch das Ängste gegangen. Oh, yes! Yes! Yes, er ist tot. Er dachte, er kann an der Ecke bleiben und ich habe erzut worden. So, das ist das Ding. Wenn ich die Spiele in den Originalspielen nicht gewinnen kann, dann gewinne ich sie auf jeden Fall in meinen Roblox Fakes. Kann ich sie zweimal hintereinander gewinnen? Das ist meine Frage, die stelle ich mir jeden Morgen. Sofort, nachdem ich aufstehe, kann ich zweimal hintereinander gewinnen. Also, es gibt hier auch einen Shop, da kann man Skins kaufen. Ernsthaft? Man kann Skins kaufen. Was zum Teufel? Und Tänze und sowas. Okay, irgendwie feiere ich. Das ist irgendwie geil, muss ich sagen. Habe ich ein Skin bekommen dafür, dass ich gut gespielt habe? Achso, ich kann hier meinen eigenen Skin einstellen, ne? Alter! Das ist irgendwie episch. Wir können auch die Farbe ändern, wenn wir wollen. Ich werde einfach mal grün. Ich finde es ganz cool. Diesmal sind mehr Leute dabei und nicht dieses Level. Okay, das sind ein paar Welle Fake und ein paar sind Real. Na, dann wollen wir mal. Und go. Oh Gott, was ist Fake, was ist Real? Das ist meine Frage. Ähm, Gott, das hier? Naja, das ist real, okay. Ich meine, ja doch, real. Oh, okay, da. Okay. 16 Leute können nur qualifizieren. Oh Gott, hier lang? Okay. Ich werde hier lang gehen. Nein, das ist Fake. Kacke, da lang. Das ist, ja, das ist real. Nein, oh Gott, scheiße. Nur 16 Leute können qualifizieren. Ich sollte mich echt weilen. Oh Gott, da lang. Okay, ich sollte vielleicht ein paar Leute ziehen. Das klappt ja ganz gut mit dem Ziehen. Oh Gott, was geschieht hier gerade? Okay, eine Tür ist nur real, die andere ist nicht real. Okay. Das haben wir geschafft, oder? Ja, das haben wir geschafft. Ich war nicht einer der Ersten, aber es spielt keine Rolle. Hauptsache, man schafft es das Einzige, was zählt. Oh, Flo ist Lava. Der Bohnen ist Lava, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, das bekommen wir hin, denke ich. Wenn ich es wirklich schaffe, miteinander Erste zu werden, ne, dann... Wieso spiele ich überhaupt noch richtige Spiele? Wieso spiele ich nicht immer die Kopien in Roblox? Oh, ich spanne hinten, oder wie? Na, super. Oh, warte mal, die anderen laufen aber zu spät los. Das ist ja gut. Was ist dieser Bohnen hier? Kann ich auf den gehen? Ja, okay, das geht. Okay, auf die Hammer aufpassen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, so viele sind vor mir, ne? Wieso sind so viele vor mir? Ach so, die halten mich jetzt fest. Das ist ein Scher... Okay, die wurden weggestoßen. Stimmt, das ist ja eine Möglichkeit hier bei dem Spiel. Nur 14 können qualifizieren. Sieht nicht so super aus, leider. Okay, ähm, ich warte kurz, ich warte kurz. Ich... Was? Okay, was? Fall doch runter. Oh, mein Gott, die fallen nicht runter. Okay, bin ich gut dabei oder nicht? Bin mir das nicht sicher. Ich weiß, das ist jetzt ohne Scheiß gar nicht, ob ich gut dabei bin oder nicht. Oh, mein Gott, die sind echt, der Lasse wartet. Die sind echt, der Lasse wartet. Okay, ich gehe einfach links lang. Yes, du bist gut dabei. Ich habe jetzt sogar nicht Einladung qualifiziert. Warte mal, irgendwie... Oh, mein Gott. Geht, ist das schneller? Ah, hier hochspringen auf jeden Fall. Das ist eine gute Taktik. Sehr gut. Okay, einfach hier lang. Genau, lauf, lauf, lauf. Oh, Gott, lauf. Spring, spring. Oh, okay. Okay, nur noch das letzte. Ach, hier ist es rutschig, glaube ich, ne? Aber wenn uns die rote Teile erwischen, dann werden wir wahrscheinlich mega weit wegbouncen. Und das haben wir ebenfalls geschafft. Wow. Am Anfang sah es so aus, als hätte ich keine Chance. Aber es sah nicht so aus, wie die Realität wirklich war. Wieso bin ich so gut in diesen Videospielen, Alter? In diesen Videospielen, so als hätte ich jetzt... Als würde ich jetzt Videospiel das erste Mal spielen. Ähm, oh, schon wieder dieses. Ja, okay. Das Darin bin ich ganz gut, würde ich sagen. Ist aber auch nicht so schwer. Aber ich glaube, daran kann man ziemlich leicht sterben. Vor allem, wenn die anderen einen betatschen. Dann, naja, dann kann es halt passieren, dass man nicht rechtzeitig springen kann. Aber es müssen nur vier eliminiert werden. Das sollte kein Problem sein, oder? Ja, hier sind schon zwei tot. Nur noch einer muss sterben. Und dann haben wir es geschafft. Und ich bin hoffentlich nicht derjenige, der da stirbt. Oh, mein Gott. Ich dachte, ich bin gestorben. Oh, aber nein, jemand anders ist gestorben. Wir sind immer noch gut dabei. Ich glaube es nicht. Wenn ich erster werde, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wenn ich zumal erster werde, ne? Spinner Magic. Oh, was ist das genau? Das habe ich so nicht gespielt, ne? Oh, das sieht interessant aus. Ich dachte, da könnte ich immer ganz gut sein, oder? Was denkt ihr? Ich glaube, ja. Okay, ich starte sogar ganz vorne, was sehr gut ist. Und lauf los. Okay. Oh, ja, ich habe das Gefühl, das springen, man ist echt da... Wow, das war gut. Ich habe das Gefühl, man ist echt da durch schneller, oder? Das ist eigentlich gar nicht sein. Ja. Oh, mein Gott, der Typ ist gut. Der Typ ist echt gut. Warte mal, ich warte aufs Nächste. Spring hier durch, yes. Oh, mein Gott. Ich glaube, ja. Die sind alle schneller, wenn die so springen. Ist das dämlich? Aber ist so. Okay, ich spring hier lang, yes. Okay, nice. Warte kurz. Ich warte kurz lieber. Ich warte kurz lieber. Spring hier lang. Jeder Typ springt die ganze Zeit. Okay, das ist dämlich, dass man dadurch schneller ist. Bei Vollgas ist man nicht schneller, wenn man die ganze Zeit dikt. Das wäre auch irgendwie komisch. Ich sage, man ist sogar gleich schnell, oder so. Oder so ein bisschen langsamer sogar, wenn man dikt. Wie viele Leute? Vier Leute können nur qualifizieren. Okay, dive um dein Leben, Bro. Und dive so schnell du kannst. Jetzt ohne Scheiß. Oh Gott, die Teile. Ich weiß nicht, ob man die roten Dinger berühren sollte. Ich weiß es echt nicht, aber... Oh, sieht gut aus. Aber der eine ist ziemlich gut. Also gegen den ersten zu wehren wird es schwer sein. Und vier Leute sind drin. Der eine wartet noch, um die andere zu ärgern. Wie heißt du, Oskar, Tuna, Kandan? Okay, aus welchem Land kommst du? Bitte sag mir das. Puh, jetzt sind nur noch vier übrig. Nur noch vier. Und ich bin einer davon. Oh, nein. Okay, das wird schwer. Das wird sehr schwer. Okay, also der Letzte überlebt, oder? Ich weiß nicht, ob ich gegen den einen schaffe. Der dives die ganze Zeit. Okay, jetzt geht's los. Und... Lauf. Lauf und dive er die ganze Zeit. Lauf und dive er die ganze Zeit. Lauf und mach die ganze Zeit das hier. Genau, mach die ganze Zeit das hier. Mach die... Oh, warte. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Warte, warte, warte. Spring hier lang, yes. Wir sind immer noch gut dabei. Spring hier lang, yes. Spring hier lang, yes. Okay, wir sind sehr gut dabei. Oh mein Gott, let's go. Ich try hard, ich lass so hart, ne? Oh, diese VIP macht. Die kenn ich ja. Die kenn ich ja. Okay, einfach mal den hier machen. Das klappt schon. Lästchen wir schneller als andere. Haben wir noch zum Schluss zu rutschen? Deswegen wahrscheinlich, ne? Stimmt, bei Vollgeister rutscht man ja nicht so sehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, wow. Wow, 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 wow. Hab ich es geschafft? Bin ich der Erste? Ich bin der Erste schon wieder zweimal hintereinander. Ist das ein Scherz? Oh Gott, es muss unnormal einfach sein. Gut, ich spiele auch gegen Roblox-Spieler, die meist schlechte Videospielen. Aber trotzdem, ey, ich glaube, es ist so dämlich. Okay, wir haben mal das was für das Video. Für mehr Roblox, lass uns einen Daumen nach oben da. Abonnieren kostet es, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls du abonnierst, aktiviert die Glocke da unten. Dann wirst du sofort benachrichtigt, sobald ich diese Videos lade. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.